Eine Insel, auf der die Zeit stehen geblieben ist. Hier haben Pflanzen und Tiere überlebt, die anderswo schon seit Jahrmillionen nicht mehr existieren. Uralter Dornenwald. Ein Paradies unter sengender Sonne. Und Heimat eines geheimnisvollen Jägers. Der Fossa. Die Tierfilmer Dirk Blumenberg und Telsemeier sind rund um den Globus unterwegs, stets auf der Jagd nach einzigartigen Aufnahmen. Im Dschungel Südamerikas, in den Wüsten Namibias, in Papuas Regenwäldern, und in den Savannen Afrikas. Dieses Mal liegt ihr Ziel im Indischen Ozean. Vor der Küste Ostafrikas. Madagaskar, die viertgrößte Insel der Welt. Für die Tierfilmer ein Wiedersehen seit langer Zeit. Vor über 20 Jahren waren wir das letzte Mal hier. Die Insel und die verspielten Sifakas haben wir schon damals ins Herz geschlossen. Die geschickten Tiere sind etwas Besonderes. Überlebende aus einer anderen Zeit. Vorläufer der Affen. Nur hier auf Madagaskar haben sie isoliert vom Rest der Welt überlebt und viele Arten entwickelt. Als wir das erste Mal hier waren, hatten wir einen Kompass dabei, um uns nicht zu verlaufen. Es gab riesige, unberührte Wälder entlang der Süd- und Westküste. Immer wieder trafen wir auf Sifakas. Sifakas sind hervorragend an das Leben in den Bäumen angepasst. Mit ihren abgeflachten Fingerkuppen kleben sie regelrecht an den Stämmen. Sie sind reine Vegetarier, die in fast allen Wäldern Madagaskars vorkommen. Madagaskar ist biologisch gesehen eine Schatzinsel. Viele Wälder sind bisher kaum erforscht. Die Insel ist ein Kontinent im Kleinen, eine Arche, auf der urzeitliche Wesen bis heute überlebt haben. Unauffällig ist die Welt am Waldboden. Saftkugler werden leicht übersehen. Erst beim Entrollen erkennt man, dass es ein Tausendfüßer ist. Echsen wie der Taggecko sind hier besonders prächtig gefärbt. Das auffälligste und sonderbarste aller Reptilien aber ist dieses Chamäleon. Langsam, sehr langsam nähert es sich seiner Beute. Das Chamäleon verfehlt selten sein Ziel. Für die Tierfilmer ist es nur auf den ersten Blick so wie damals, als sie das erste Mal hier waren. Innerhalb von nur zwei Jahrzehnten hat sich so viel verändert. Unberührte Natur gibt es nur noch in entlegenen Gebieten. Rinder sind die häufigsten und leider auch oft die einzigen Tiere, die wir sehen. Unser Fahrer Hans fährt uns sicher durch das staubige Land. Sein Vater hat in Deutschland studiert und der Name Hans hat ihm besonders gut gefallen. In einem Dorf mitten im Nirgendwo ist Markttag. Eine gute Gelegenheit für eine kurze Rast. Hans erzählt uns, dass die Zebus nicht nur Fleisch und Milch liefern. Sie werden von den Bauern auch als Arbeitstiere eingesetzt. Im Leben der Madagassen bedeuten die Rinder aber noch sehr viel mehr. Hier im Südwesten der Insel sind sie der Mittelpunkt der Gesellschaft, Opfertiere und der Reichtum der Bevölkerung. Marktschreier sind hier unbekannt. Zwischen Händlern und Käufern wird kaum ein Wort gewechselt. Absolut untypisch für unsere Vorstellung von Marktatmosphäre. Wo nur wenige Menschen siedeln, existieren noch Reste der ursprünglichen Vegetation. Kannenpflanzen haben eine besondere Strategie entwickelt, um auf dem karten Grund zu überleben. Sie sind Fleischfresser. Wie eine Blume locken sie Insekten an. Doch die Bestäuber verirren sich in einer tödlichen Falle. Die Blütenwände bieten kaum Halt. Einmal abgerutscht, versinken die Insekten im Verdauungssaft. In den Tropen ist die Dämmerung nur kurz und die Nacht bricht schnell herein. Tomatenfrösche kommen aus ihren Verstecken. Die grell gefärbten Tiere sind nachtaktiv. Madagaskars Reichtum an Fröschen ist erstaunlich. Mehr als 140 Arten haben sich hier entwickelt. Ein Mausmarki. Mit seinen großen, nach vorn gerichteten Augen kann er Beute noch in stockdunkler Nacht entdecken. Er ist der kleinste Lemua Madagaskars. Die Filmer wissen nie, wie Tiere nachts auf sie reagieren. Das Licht unserer Kameralampe blendet den Mausmarki. In solchen Fällen benutzen wir lieber ein Infrarotobjektiv. Doch noch etwas anderes lenkt den Winzling ab. Das Chamäleon. Es verschläft die Nacht im Geäst. Die ungewöhnliche Echse ist ein typischer Baumbewohner. Ihre kräftigen Zehen und der Schwanz sind perfekte Anpassungen an das Leben in Büschen und Bäumen. Selbst in der Dunkelheit schimmert die schuppige Haut farbenprächtig. Fast so wie am Tag. Versteckt im dichten Wald leben noch andere Tiere, die es wie das große Chamäleon nur hier auf Madagaskar gibt. Ein Kokorell-Kua sucht im trockenen Laub nach Fressbarem. Der bunt gefärbte Vogel erinnert sehr an einen Fasan. Kuas jedoch sind Verwandte unseres Kuckucks. Wir müssen uns still verhalten, denn Kuas sind sehr scheu. In das Bild eines Kuckucks passen die Vögel überhaupt nicht. Kokorell-Kuas legen ihre Eier auch nicht in fremde Nester. Sie brüten, wie die allermeisten Kuckucksarten, selbst. Eine Gruppe Katars streift durch den Wald. Die Mütter mit ihren Jungen haben sich in die Bäume zurückgezogen. Katars sind die bekanntesten Lemuren Madagaskars. Die sympathischen Tiere mit dem typisch geringelten Schwanz leben nur in den Trockenwäldern im Süden und Südwesten der Insel. Einen großen Teil des Tages verbringen sie auf dem Boden, immer auf der Suche nach Fressbarem. Katars sind nicht sehr wählerisch. Früchte, Blätter, Rinde und kleine Tiere stehen auf ihrem Speiseplan. Wer satt ist, döst. Die Lemuren sind vorsichtig und beobachten ihre Umgebung aufmerksam, selbst wenn es ums Fressen geht. Ihre Feinde haben es nicht leicht, an sie heranzukommen. Lautlos nähert sich eine Boa. Doch die Riesenschlange ist, zumindest heute, nicht an den Katars interessiert. Sie sucht einen Platz, um sich auszuruhen. Ein Wald voller Dornen, charakteristisch für die Trockengebiete Madagaskars. Hier trifft das Team auf alte Bekannte. In den stacheligen Bäumen sitzen meine Lieblingslemuren, die schönen Sifakas. Die neugierigen Tiere haben überhaupt keine Angst vor mir. Erwünscht bin ich aber trotzdem nicht. Der zurückgeworfene Kopf bedeutet, verschwinde aus meinem Revier. Diese Dornenwälder sind einmalig auf der Welt. Noch vor wenigen Jahrzehnten bedeckten sie große Gebiete im Westen und Süden der Insel. Wo früher Wald stand, erstrecken sich heute monotone Sisalplantagen. Bis zum Horizont. Und selbst die letzten Trockenwaldreste sind heute von staubigen Pisten zerschnitten. Am Ende der Piste kommen wir nur noch mit dem Ochsenkarren oder zu Fuß weiter. Wir entscheiden uns für die komfortablere Variante. Das liebevoll bunt bemalte Charette ist das traditionelle Fortbewegungsmittel auf Madagaskar. Soandro, unser Begleiter im Trockenwald, ist hier geboren und kennt sich gut aus. Das ist für uns ein besonderer Baum. Vor mehr als 20 Jahren waren wir schon einmal genau an dieser Stelle. Majestätisch wie damals steht der riesige Baobab inmitten des Dornenwaldes. Baobabs findet man in ganz Afrika. Doch nirgends gibt es so viele Arten wie hier. Hier scheint die Zeit tatsächlich stehen geblieben zu sein. Eine Strahlenschildkröte kreuzt den Weg. Auch sie gibt es nur auf Madagaskar. Noch vor wenigen Jahren war sie hier recht häufig. Doch die hungrigen Mägen der wachsenden Bevölkerung machen ihr denn gar aus. Eine weitere madagassische Kuriosität sind Leguane mit drei Augen. Mit ihrem Scheitelauge können sie vermutlich nur Licht und Schatten unterscheiden. Unser Fahrer Hans ist fasziniert von der Echse. Und die Echse offenbar auch von ihm. Zu Beginn der Regenzeit stecken die Männchen ihre Reviergrenzen ab. Wir haben Glück und können filmen, wie verbissen die beiden um den besten Platz kämpfen. Leguane sind eigentlich typisch für Südamerika. Die Madagaskar-Leguane gehören einer ursprünglichen Art an, die hier seit Jahrmillionen eine eigene Entwicklung durchlaufen hat. Sind die Gegner gleich stark, gewinnt der, der sich am größten macht. Als wir das hier filmen, wissen wir noch nicht, dass die Tage dieses Waldes und seiner Bewohner gezählt sind. Am Wegesrand ist ein Mailer aufgeschichtet, aus dem dichter Qualm aufsteigt. In wenigen Jahren wird dieser Wald zu Holzkohle verarbeitet sein. Madagaskars Bevölkerung wächst rapide. Die Menschen siedeln in immer entlegeneren Gebieten. Eine armselige Hütte steht auf einem gerodeten Stück Wald. Aber es ist niemand zu Hause. Nach einiger Zeit kommt der Besitzer aus dem Dornendickicht. Ein Einsiedler, der sich mit seinem Sohn hierher zurückgezogen hat. Madagaskar sind ausserordentlich gastfreundliche Menschen. Selbst das Wenige, was dieser Mann besitzt, teilt er mit allen. Es ist nicht viel, nur eine einfache Mahlzeit aus Süßkartoffeln und Maniok. Die Menschen hier sind freundlich und stolz auf das Wenige, was sie besitzen. Und egal, wie viele Gäste kommen, jeder wird zum Essen eingeladen. Eine Einladung abzulehnen, käme hier niemandem in den Sinn. Um die Hütte herum ist alles kahl geschlagen. Holz ist Brenn- und Baustoff. Über die Folgen der Abholzung machen sich die Menschen hier keine Gedanken. Dies war sein ehemaliges Revier. Ein Tenrek, ein entfernter Verwandter des europäischen Igels, ist obdachlos geworden. Normalerweise kommen Tenrex erst am Abend aus ihrem Versteck hervor. Er aber hat seinen Unterschlupf im Wald verloren und muss sich einen neuen Platz suchen. Schnell verschwindet er im Unterholz. Der einzige sichere Ort, denn für die Einheimischen ist sein Fleisch eine willkommene Abwechslung auf dem Speiseplan. Das gesamte Ausmaß der Verwüstung wird erst aus der Luft sichtbar. Mehr als 80 Prozent der Wälder sind bereits verschwunden. Die Dornenwälder gehören zu den bedrohtesten Lebensräumen Madagaskars. Für uns gibt es hier nichts mehr zu tun. Wir setzen unsere Reise fort und fahren Richtung Norden, in der Hoffnung dort noch intakten Wald zu finden. Madagaskar ist nach 20 Jahren kaum noch wiederzuerkennen. Der Alltag der Menschen ist allerdings gleich geblieben. Die Madagassen sind Meister im Improvisieren. Sie nehmen das Leben mit afrikanischer Gelassenheit. Auf der Nationalstraße, einer richtigen Buckelpiste, durchqueren wir das zentrale Hochland Madagaskars. Reisterrassen und pittoreske Dörfer prägen das Bergland. Die Landschaft erinnert uns eher an Asien als an Afrika. Reis ist in Madagaskar ähnlich wie das Zeburind, mehr als nur ein Nahrungsmittel. Wer viel Reis besitzt, hat einen hohen sozialen Status. Vom Hochland fahren wir weiter nach Westen. Uralte Baobab-Bäume säumen unseren Weg Richtung Küste. Baobabs, oder Affenbrotbäume wie sie auch heißen, sind das Wahrzeichen Madagaskars. Ihre eigentümliche Wuchsform ist eine Anpassung an das trockene Klima. Ihre Stämme sind riesige Wasserspeicher. Der Westen Madagaskars ist staubtrocken. Die Vegetation hat sich den extremen Bedingungen angepasst. Unser Ziel ist der Kirindi-Wald. Wir haben gehört, dass es hier viele seltene Tiere gibt. Für uns Tierfilmer ist diese ursprüngliche Gegend genau das, was wir gesucht haben. Noch ist Trockenzeit. Die wenigen verbliebenen Wasserlöcher ziehen die Tiere des Waldes magisch an. Irgendwann muss jeder hierher zum Trinken kommen. Ein aussichtsreicher Platz zum Filmen. Es sind überwiegend Insekten und Vögel, die sich hier einfinden. Unzählige Schmetterlinge saugen lebenswichtige Mineralien aus dem feuchten Boden. Der Zwergfischer, ein kleiner Eisvogel, hat es nicht nur auf Fisch abgesehen. Schmetterlinge sind eine willkommene Abwechslung. Doch auch der Zwergfischer wird beobachtet. Kleine Vögel sind die Hauptbeute des Madagaskar-Sperbers. Aber der Greif hat nur Durst. Und Lust auf ein erfrischendes Bad, wie die anderen Vögel auch. Mitten in Kirindi steht eine Forschungsstation des Primatenzentrums Göttingen. Der deutsche Biologe Roland Hilgartner und seine madagassische Freundin Mamisulu Raui Lissang untersuchen hier das Leben von nachtaktiven Lämuren. Jeden Abend nach Sonnenuntergang fahren sie mit dem Rad zu ihrem Arbeitsplatz. Der dunkle Wald ist die Welt der Nachtgeister. Die Halbaffen Madagaskars erhielten ihren Namen nach römischen Totengeistern, den Lemuren, die bei Nacht ihr Unwesen treiben sollen. Den Tag verschlafen die etwa kaninchengroßen Wieselmakis in Baumhöhlen. Roland Hilgartner hat dieses Weibchen mit einem Sender versehen. Nur so kann er es jede Nacht wiederfinden. Ein Katzenmaki ist ebenfalls unterwegs. Für das Weibchen wird es Zeit, nach Futter zu suchen. Sein Junges versteckt es währenddessen in den Baumkronen. Selbst hier bekommt man die beiden seltenen Makis nur mit viel Glück und meist nur kurz zu sehen. Viele Lemuren Madagaskars sind nachtaktiv. Charakteristisch für sie sind die großen Augen und Ohren. Katzenmakis sind Einzelgänger, die den Tag in selbstgebauten Nestern verschlafen. Sie kennen jeden Ast in ihrem Revier und wissen genau, wo der süßeste Pflanzensaft fließt. Das wohl seltsamste Tier des Kerindi-Waldes ist die Riesenspringratte. Sie erinnert mit ihren langen Hinterbeinen an Kaninchen und lebt ähnlich wie diese in großen Erdhöhlen. Sie sind die größten Nagetiere Madagaskars und die seltensten. Sie kommen nur hier im Gebiet von Kirindi vor. Die Nager leben sehr heimlich. Aber ihren Namen tragen sie zurecht. Es ist bereits spät. Roland und Mamisulu sind noch immer im Wald unterwegs. Mamisulu spielt den Ruf eines Gabelstreifenmarkis ab. Die beiden Wissenschaftler wollen herausfinden, wie die Lemuren auf den Ruf eines Eindringlings reagieren. Und tatsächlich antwortet nach kurzer Zeit etwas aus den Baumkronen. Aufgeregt sucht der Maki den vermeintlichen Eindringling in seinem Revier. Auf der Suche nach dem Konkurrenten kommt er immer näher. Da der Maki keinen Artgenossen entdecken kann, verschwindet er wieder in der Dunkelheit. Am nächsten Morgen besuchen wir ein Dorf am Rande des Waldes. Wie in fast allen Dörfern Madagaskars, die wir besucht haben, herrscht eine ausgelassene und entspannte Atmosphäre. Für die Kinder sind wir die Sensation des Tages. Hier scheint die Zeit still zu stehen. Seit unserem letzten Besuch hat sich kaum etwas verändert. Wie in fast allen Dörfern Madagaskars, die wir besucht haben, wie in den Ruf der Schöne sieht. Auch im Grunde Anfang Dezember ziehen dunkle Wolken am Himmel auf. Seit Monaten fällt der erste lang ersehnte Regen. In der Nacht nimmt der Regen zu. Am nächsten Morgen jedoch ist alles vorüber. Goldfrösche sind aus ihrem Trockenschlaf erwacht. Sie haben sich zu Hunderten an kleinen Tümpeln versammelt. In spätestens zwei Tagen ist der Spuk wieder vorbei. Für die Amphibien ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Im Trockenwald läuft das Leben der Frösche in Zeitraffer ab. Paarung, Eiablage und Entwicklung müssen beendet sein, bevor die Pfützen wieder ausgetrocknet sind. Wasser ist hier ein kostbares Gut. Jede Pfütze wird zum Baden und Trinken genutzt. Der Schmalstreifen-Mungu erinnert auf den ersten Blick an ein Hörnchen. Doch das scheue Tier ist ein Jäger, ein entfernter Verwandter unserer Katzen. Als er verschwunden ist, wagen sich auch die Kuas aus dem Unterholz. Der erste Regen in diesem Jahr hat eine Achatschnecke aus ihrem Trockenschlaf erweckt. Die riesigen Schnecken kamen ursprünglich nicht in Madagaskar vor. Sie wurden vom Menschen eingeschleppt und besiedeln heute die gesamte Insel. Über Nacht sprießt frisches Grün. Knallrote Schmetterlingszikaden profitieren vom nun reichlich strömenden Pflanzensaft. Auch sie haben Nachwuchs. Auf den ersten Blick erinnern ihre Larven allerdings eher an Baumflechten. Eine perfekte Tarnung. Die Monsunmonate sind Fortpflanzungszeit für fast alle Lebewesen des Waldes. Eine Dornschwanzechse gräbt ihre Bruthöhle in den noch feuchten Sand. Anstrengende Arbeit, die nicht unbeobachtet bleibt. Eine Madagaskarnatter hat die Echse entdeckt. Die ahnt nichts von der Gefahr. Ei für Ei legt sie in die Kuhle. Am Waldrand lauert die Schlange, bis die Echse ihr letztes Ei gelegt und die Bruthöhle zugescharrt hat. Kaum ist der Dornschwanz mit seiner Arbeit fertig, macht sich die Natter auf den Weg. Ihre stumpfe Schnauze benutzt sie wie eine Schaufel. Geführt von ihrem feinen Grußsinn findet sie nach kurzer Zeit das Nest der Echse. Ein Ei nach dem anderen verschwindet in der Schlange. Während unserer Zeit in Kirindi haben wir beobachtet, wie eine einzige Schlange ein Dornschwanznest nach dem anderen bis zum letzten Ei ausgeräumt hat. Für die Madagaskarnatter ist es eine Zeit des Überflusses. Erst nachdem sie das gesamte Gelege verschluckt hat, kehrt sie wieder in den Wald zurück. Im Kirindi-Wald verbirgt sich ein besonders scheues Tier, das Jagd auf Lemuren macht. Ein Tier, das bisher kaum ein Filmer vor die Kamera bekommen hat. Wir folgen einem ausgetrockneten Bachlauf. Der beste Weg im Wald. Endlich eine erste Spur. Die Überreste eines Lemuren. Etwas weiter entfernt entdecken wir noch einen Sifakr-Schädel. Wir sind sicher, an alter Schwäche sind die beiden nicht gestorben. Die Suche ist erfolglos. Nach vielen Stunden kehren die Filmer resigniert um. Doch dann, auf der sandigen Piste, frische Pfotenabdrücke. Ist der Lemurenjäger hier vorbeigekommen? An einem nahen Wasserloch stelle ich die Kamera auf. Stundenlanges Warten bei über 40 Grad im Schatten. Nur winzige Bienen, die meinen Schweiß ablecken. Ungefährlich, aber ganz schön lästig. Endlich bewegt sich etwas. Rotstirn-Markis nähern sich dem Wasserloch. Die Tiere sind extrem nervös und registrieren aufmerksam jede Bewegung. Das Wasser zieht sie magisch an. Doch noch zögern sie. Schließlich aber siegt der Durst. Kurz bevor ich aufgeben will, bewegt sich wieder etwas am Waldrand. Hitze und Insektenstiche sind vergessen. Das ist das Tier, auf das ich so lange gewartet habe. Eine Fossa. Und dann eine zweite. Die Tierfilmer sind überrascht. Zwei junge Männchen liegen völlig entspannt nur wenige Meter von uns und der Kamera entfernt. Noch haben die Markis die beiden nicht bemerkt. Fossa sind die gefürchtetsten Räuber des Waldes. Lemuren gehören zu ihrer bevorzugten Beute. Die Sifakars retten sich mit eleganten Sprüngen in den Wald. Die Fossars kommen immer näher. Werden sie die Lemuren angreifen? Fossars sind von Katzen ähnlicher Gestalt, was ihnen auch den Namen Frettkatze einbrachte. Die geschmeidigen Tiere gehören aber einer eigenen, sehr altertümlichen Tiergruppe an. Kein Bewohner im Wald kann es mit ihnen aufnehmen. Trotzdem sind auch die beiden beim Trinken nervös. Ihre Vorsicht ist begründet. Auch Fossars haben Feinde. Krokodile lauern in manchem trüben Gewässer. Hier allerdings besteht keine Gefahr. Ich bin begeistert. Bisher wurden Fossars erst ein einziges Mal in freier Wildbahn gefilmt. Auch wenn sie nicht auf der Jagd sind, es ist ein Genuss, den eleganten Tieren zuzusehen. Nachdem die beiden ihren Durst gelöscht haben, verschwinden sie so plötzlich, wie sie gekommen sind. Bei den Sifakars kehrt wieder Ruhe ein. Die Fossars haben sie schnell vergessen. Sifakars haben nur wenige Feinde. Auch für viele Madagassen sind sie tabu. Sie sehen in ihnen wiedergeborene Ahnen. Diese Tiere zu töten bringt nach Meinung der Menschen Unglück. Dort, wo der Glaube an die Seelenwanderung noch lebendig ist, kommen auch Sifakars noch häufig vor. Glück für die Tiere und für die Filmer. Wir bleiben noch eine Weile. Jetzt in der Regenzeit haben die schönen Lemuren Nachwuchs. Von den Kleinen kann ich gar nicht genug bekommen. Die Sifakars waren auch dieses Mal häufig unsere Begleiter. Ihr helles Fell, die gelben Augen und ihr sanftes Wesen geben ihnen tatsächlich etwas Geisterhaftes. Musik Die Tierfilmer Telse Meier und Dirk Blumenberg haben auf Madagaskar noch vieles von dem wiederentdecken können, was sie von ihrem ersten Besuch der Insel her kennen. Nur diesmal war es sehr viel schwieriger als vor 20 Jahren. Aber an einigen entlegenen Orten hat sich die ursprüngliche Natur Madagaskars bis heute erhalten. Und es gibt immer mehr Menschen, die sich für den Schutz dieser Gebiete einsetzen. Musik